Der Name Aumann steht für Qualität auf höchstem Niveau. Unsere charaktervollen Weine sind heute der Inbegriff Warengenusses aus der Thermenregion. Begleiten Sie uns auf dem Weg durch unser Weingut. Wir sind Winzer mit Herz und Seele, der Natur und der Weintradition verbunden. Das spürt man in unseren Weinen. Wir geben unserem Wein Zeit, um sich zu entfalten. Der Erfolg mit nationalen und internationalen Partnern, der Gastronomie und zahlreiche Auszeichnungen bestätigen unsere Philosophie eindrucksvoll. Regelmäßig veranstalten wir geführte Weindegustationen. Sie erfahren dabei Wissenswertes über unsere Weine, die Besonderheiten unserer Lagen und Böden. Durch die Handlese erfolgt bereits in unseren Weinbergen die erste Qualitätskontrolle. Dabei werden nur gesunde, reife Trauben geerntet und gleichzeitig nach vorgegebenen Qualitätskriterien sortiert. Jede einzelne Beere ist die Basis unserer Qualität. Daher erfolgt am Rütteltisch eine weitere händische Selektion. Zeit zum Reifen. Die geben wir unseren Weinern. Ob im klimatisierten Flaschenlager oder im Barrikfas. Und das bis zu 30 Monate lang. Unser traditionelles Heurigenlokal bietet neben Gastfreundschaft und gemütlichem Ambiente saisonale Schmankerl aus der Region. Unsere vielfältige Speisenauswahl reicht von Hausmannskost bis zu vegetarisch oder kreativ leicht. Gerne können Sie Ihre Speisen am Tisch bestellen oder beim heurigen Buffet auswählen. Hausgemachte Mehlspeisen runden unser kulinarisches Angebot ab. Wir hoffen, dass wir Ihnen einen kleinen Einblick über unser Weingut geben konnten. Freuen würden wir uns, wenn wir Sie als Gast bei uns begrüßen dürften. Wir hoffen, dass wir uns, wenn wir uns, wenn wir uns, wenn wir uns, wenn wir uns, öfterseous haben. Wir hoffen, dass wir uns. Trans clemen wir uns, wenn wir uns auf den kleinen Einblick über Wir hoffen, dass wir uns, wenn wir uns, feststellen können so trotzdem, dass ihre Speisenst omega-poline und Ta Sedных erstellen sich nur w登録 und es insofern gibt. Untertitelung des ZDF, 2020